Der DLC Road to Power für Crusader Kings 3 ist nun ungefähr eine Woche heraus und ich will auch mal ein kleines Review dazu abgeben. Weswegen ich denke, dass Road to Power eines der besten DLCs ist, die man bekommen kann, auch wenn der Preis von 30 Euro natürlich schon recht stattlich ist. Und wenn ihr denkt, ich würde jetzt damit anfangen, weil ich sage, ja diese Mechanik und diese Mechanik ist so cool. Nein, für mich ist ein Punkt wesentlich wichtiger, der eigentlich sogar teilweise zumindest auch mit dem kostenlosen Patch gekommen ist. Und da geht es mir darum, wie viel Einsatz Paradox unser Team hier in diesem DLC gebracht hat, um die Geschichte, natürlich ist es immer fiktive Geschichte, aber die Geschichte wirklich nach vorne zu bringen. Wir haben hier Sachen, die kennt kaum jemand von euch, die trotzdem mit diesem Patch und mit diesem DLC hinzugekommen sind. Bringen wir einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte euch ja schon zwei Personen hier vorgestellt, die könnt ihr ja im Video nachschauen, wo ich ja verschiedene Starts vorgestellt habe. Wenn wir aber in diesem Bild bleiben, 1066, was ja gar nichts mit der neuen Zeit zu tun hat, wo sich Paradox auch heute sagen können, scheiß drauf, mache ich nichts zu, haben sie trotzdem auch noch kleine Mechaniken versteckt. Wir haben ja, wie gesagt, über diese beiden Personen schon gesprochen, die selber eine Geschichte haben. Wir haben hier oben mit Herbert, finde ich richtig ausschrieben, ist mir auch egal, wisst ihr ja, auch einen Geschichtsinhalt. Und zwar spielt das ja zur Zeit von Wilhelm dem Eroberer. Das hatten wir auch vor dem DLC und vor dem Patch schon. Aber wusstet ihr, dass da eine neue Mechanik eingebaut worden ist, wie das Harrowing of the North, also den Eroberungsanspruch Wilhelm oder den Unterdrücken der angelsächsischen Rebellion von Wilhelm dem Eroberer, auch in diesem Spiel mit drin ist, in diesem Patch? Wahrscheinlich nicht. Ich wusste es auch nur dadurch, dass ich mir nochmal Videos angeschaut habe und gemerkt habe, Moment mal, das gibt es auch noch. Das heißt, in diesem DLC oder diesem Patch zum DLC und hier halt auch, weil er ist ja ein Wanderer auch im DLC, verstecken sich auch noch Geschichten, die besondere Inhalte bringen. Wenn wir einfach dieses Beispiel einmal nehmen von diesem Harrowing of the North, ein Ereignis, was historisch schon bewandt ist, was ich aber zum Beispiel auch nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Wenn ich von Wilhelm den erobere, denkt man mal an diesen großen, tollen Typen, der da die Lande erobert hat. Im Prinzip hat das wohl 150.000 Leuten ungefähr das Leben gekostet. Bloß es gab eine Strategie der verbrannten Erde, wo man wirklich Landstriche verwüstet hat, um eben diese Rebellion zu unterdrücken und den Angelsachsen halt wirklich den Garaus zu machen schon fast und dieser normannischen Kultur einen Durchbruch in England zu ermöglichen. Was eben sehr spannend ist und dazu on top kommt noch, dass ihr nicht nur das habt, dass es eine kleine Mechanik bietet, sondern ihr könnt auch noch eine Person retten, die könnt ihr aus dem Gefängnis mitnehmen. Wenn ihr die mitnehmt, dann ist es so, dass ihr auch noch mit dieser Person nach Byzanz reisen könnt und Neuengland bei Georgien im Kaukasus gründen könnt und da einfach ja als Neuengland spielen könnt. Weil es wohl eine halb wahre, eher mythische Begebenheit gibt, wo eben jemand aus England nach der Eroberung von Wilhelm den Eroberer wirklich in diese Richtung gereist ist und da Land von Byzanz bekommen hat. Das heißt, das Team hat auf keinen Fall einen Muss gehabt. Sie mussten niemals diese Sachen darstellen. Haben sie aber trotzdem gesagt, weißt du was, wir machen erstmal diese Mechanik und zusätzlich dazu machen wir noch die andere Mechanik. Und das wurde ja nicht mehr kommuniziert. Das heißt, wir konnten sogar hineingehen und das entdecken. Und ich finde, das zeigt halt, dass die Leute dahinter wirklich Bock hatten, auch was Historisches zu tun. Und da, klar, 30 Euro ist die Frage. Ja, wenn ihr wirklich Entdecker seid und sagt, ich will diesen historischen Charakter spielen, diesen historischen Charakter, diese kleine Mechanik mitnehmen, El Cid spielen, die Assassinen gründen, ich möchte dieses Harrowing haben, ich möchte Neuengland gründen. Ja, dann lohnen sich schon 30 Euro allein dafür, weil ihr hier so viele neue Playthroughs habt, so viele neue Herangehensweisen, um wirklich das Spiel zu entdecken und auch ein bisschen Geschichte zu erleben. Auch wenn es natürlich fiktive Geschichte ist, ihr baut die ja auch um und so weiter. Aber ihr könnt es halt hier schaffen, wenn ihr mit dieser Person hier spielt, England vorwählen, den Eroberer zu bewahren und eben den Angelsachsen dazu zu verhelfen, England wieder für sich zu erobern. Und das eben mit kleinen geschichtlichen Elementen, die durch diesen Charakter vorangebracht werden. Und gleichzeitig, wenn ihr keinen Bock drauf habt, könnt ihr mit diesem Charakter auch sofort sagen, nee, England ist nicht mein Ziel, ich werde hier nicht weitergehen, ich gehe jetzt einfach irgendwo anders hin, ich will einfach nur durch die Gegend laufen. Und auch das ist vollkommen fein. Das ist nur ein Beispiel von all diesen Geschichten, die es hier gibt. Und für mich war es ganz wichtig, das als ersten Punkt herauszustellen, dass wir hier wirklich viele Geschichtstränge haben, die uns so viele neue Playthroughs ermöglichen. Und wenn ihr Bock auf Geschichte habt, einfach mal Geschichte erleben, umschreiben und das nochmal in einer anderen Form, als ihr jetzt schon eh schon bei Crusader Kings 3 konntet, dann habt ihr hier mit diesen kleinen Mechaniken, die jetzt nicht überragend sind, aber die halt einfach so viel gesprengt sind, die auch nie kommuniziert worden sind, einen so tollen Sandkasten. Erst dafür lohnt es sich eigentlich schon, entweder nochmal reinzusteigen und dann die ganzen Landet-Charaktere mitzunehmen und einen DLC zu kaufen, um dann eben auch diese besonderen Wanderer zu spielen. Aber genug davon, ich hoffe, man versteht meinen Punkt, sonst schreibt es einfach in die Kommentare und sagt mir mal, was ihr vom Harrowing haltet, nachdem ihr es mal gegoogelt habt am besten. Aber gehen wir auf den Wanderer ein, wir sind ja jetzt hier Wanderer. Der Wanderer ist schon mal vorab sehr gut. Das heißt aber nicht, dass es hier keine Kritikpunkte gibt. Ihr kennt mich ja und ich will ja auch ehrlich sein. Ich sage nicht immer, alles ist super, ich wurde ja auch nicht bezahlt, von daher kann ich auch sagen, was ich will. Wichtig ist, dieser Wanderer ist extrem gut, aber kommen wir gleich dazu. Erstmal, was können wir machen? Ja, Abenteuer an sich ist halt eine super neue Möglichkeit, einfach über die Karte zu ziehen und sich auszutoben. Überall hinzugehen und dann entweder einen Schurken zu spielen, einen Missionar zu spielen, einen Diplomat zu spielen oder eine Mietklinge, also wirklich einen Söldner zu spielen. Man muss aber gleichzeitig sagen, wenn ihr erwartet hier so diepe, also tiefe Mechaniken wie im Grundspiel, dann seid ihr falsch. Also diese Mechaniken von dem Grafen, Herzog, König und Kaiser findet ihr natürlich hier nicht. Es gibt keine Entwicklung in dem Sinne, es gibt das Camp, da gibt es eindeutig stark Gebäude und es gibt eigentlich Gebäude, die ich weniger bauen würde. Und das gibt ganz klar einen Sturz dazu, ihr habt es ja im Video hoffentlich gesehen vom Eroberer, sonst schaut nochmal rein, dass ihr sehr stark werdet, weil ihr eben ein Problem habt mit der Armee. Wenn ihr eine gewisse Menge an diesen doch recht einfachen Aufträgen gemacht habt, die mal besser, mal schlechter sind, aber eigentlich nicht den Kern des Spaß darstellen, dann kriegt ihr eine Armee. Und diese Armee macht euch dann den richtigen Spaß, denn ihr könntet ihr bei Kriegen mitmischen, die Geschichte verändern, ihr könnt da richtig reingehen. Oder ihr sagt, ich habe da einfach keinen Bock, ich mache ein Rollenspiel und gehe missionieren. Aber unabhängig davon, ob ihr diese Armee dann gebaut habt und nur klein hast oder riesig habt, gibt es ein großes Problem damit. Denn diese Armee ist ohne Unterhalt, komplett unrealistisch und total overpowered ohne Unterhalt. Wie ihr halt in dem Video oder in meinen Streams gesehen habt, schaut es euch sonst gerne nochmal an. Denn wenn wir unser Camp jetzt hier zum Beispiel haben, irgendwo in der Normandie, dann ist es so, dass ihr das Camp zwar bewegen könnt, aber eben dafür Vorräte bezahlen müsst. Was eben neue Mechanik darstellt, neue Ressourcen einfach, die müsstet ihr bezahlen, um eure Camps zu bewegen. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel einen Krieg gegen Byzanz hier unten anfangt, hier unten, dann holt ihr eure Truppen hier oben raus und diese Truppen können über die gesamte Welt und zurückgehen, ohne dass sich jemals irgendetwas kosten. Das bedeutet, ihr bezahlt keine Fröhlichkeit, ihr bezahlt keine Vorräte, kein Prestige und kein Gold, um selbst 15.000 Verräger, wie wir es im Stream gemacht haben, über die Karte zu bewegen. Diese 15.000 Verräger können von Nordeuropa bis nach Südindien reisen, ohne jemals irgendwas zu kosten. Jemals. Einziger Punkt ist, wenn euch die Vorräte auslaufen, was bei normalen Armenien auch so wäre, ja dann müsst ihr natürlich den Verschleiß nachher bezahlen. Okay, den könnt ihr in Vorräten bezahlen. Ihr braucht ja nicht mal Gold, um die aufzustocken. Wenn ihr euer Kriegsvolk aufstocken wollt, dann braucht ihr einfach nur auf Kriegsvolk auffüllen zu gehen und könnt dann Gold oder Vorräte wählen. Ihr würdet immer Vorräte wählen, weil es sich viel mehr rentiert. Das heißt, ihr geht einfach in so eine Stadt zurück, könnt euch die Vorräte kaufen oder hier besorgen und könnt eure Truppen direkt wieder magisch herstellen. Was natürlich eine riesen Imbalance darstellt. Also das ist schon mal eine absolute Kritik. Aber eben der erste Punkt, den ich gesagt habe, überwiegt das Ganze. Erstens, dadurch, dass sie nichts kosten, ist es für neue Spieler so gut, so genial, einfach mit dem Wanderer anfangen. Und allein dafür würde es sich schon lohnen, das jetzt hier zu holen. Weil ihr habt die Geschichtsstrenge, plus ihr habt als Wanderer ganz andere Wahrnehmungen der Karte. Es ist auch für mich als absoluter Freak, der immer auf Entwicklung geht und dieses Spiel bis zur Unkenntlichkeit spielt, so eine Abwechslung. Einfach mal frei über die Karte zu laufen, wirklich die Armeen kostenlos durch die Gegend zu bringen und einfach mal irgendwo Chaos zu stiften. Und gerade auch als Anfänger bin ich so befreit davon, weil ich ja kaum auf meine Ressourcen achten muss. Ich brauche kein Gold, ich brauche kein Prestige, ich brauche keine Frömmigkeit. Es ist ein riesen Kritikpunkt für Leute, die sagen, ich will eine tiefe Mechanik. Es ist aber gleichzeitig eine super Empfehlung für Neulinge, die sagen, ich will halt einfach mal auf der Karte mich mal umsehen, mal austoben. Ich möchte mal gucken, was kann man eigentlich machen. Das kann man damit sehr, sehr gut machen. Es bleibt aber eben der Kritikpunkt für mich, dass es kein 30 Euro alleine wert wäre, nur im Gesamtpaket. Weil ihr eben da keine Mechanik habt, die euch wirklich über hunderte Stunden Neues bietet. Sondern ihr habt eine Mechanik, die euch einige coolen Playflows bringt und durch die speziellen Geschichtsstrenge auch noch mehr. Aber die ihr dann weglegt und sagt, jetzt spiele ich erstmal wieder normal Graf, Herze und so weiter. Weil da habe ich einfach mehr zu basteln, was du beim Abenteurer nur hast, wenn du dir selber auch dieses Ziel setzt und auch ein bisschen Rollenspiel denkst. Und ja, einfach Spaß daran hast, entweder Chaos zu stiften oder wirklich zu missionieren oder so. Also an anderen Herangehensweisen zu benutzen. Damit sind wir eigentlich beim zweiten Punkt, dem Administrativreich. Wenn ihr unser Multiplayer-Event gesehen habt, dann habt ihr schon von mir erklärt bekommen, dass wir viel Fummelei haben durch diese ganzen neuen Ränkespiele, die wir haben. Wir haben ja jetzt politische Komplotte. Diese politischen Komplotte könnt ihr in diesem Administrativreich mit Einfluss vor allen Dingen ausführen. Ihr könnt euren Status erhöhen mit Einfluss, ihr könnt eure Strategos-Werte verbessern und so weiter und so fort. Das sind ganz viele kleine, verschachtelte Mechaniken, die im Gegensatz zu Wanderer, ja, Komplex ist vielleicht übertrieben, aber schon sehr viel bieten, wo man einfach ein bisschen rumspielen kann. Ich glaube aber doch, dass die wenigsten Videos, die ich bisher gesehen habe, gingen wirklich um dieses administrative Reich. Warum? Weil es halt vom Spannungsgrad eher was für Tüftler ist und was für ein bisschen so manipulieren und ein Reich von innen aufbauen, aber jetzt nicht irgendwie blobben bis zum Kettichel, also heißt die ganze Karte einnehmen. Und dann langsam aber sicher sein Reich aufzubauen, zusammen sogar mit seinem Lehnsherrn vielleicht, so wie jetzt hier, wenn ich Achaia spielen würde, dann mit meinem Kaiser aufbauen oder eben den Kaisertitel erdringen und dann stabilisieren und sein Reich eher so aufbauen. Langsam aber sicher und immer stärker machen. Bloß eben das Anwesen, was sich sehr ähnlich spielt wie eben das Camp beim Wanderer, wo ihr die gleiche Möglichkeit habt, aber eben auch nochmal viele Abzweigungen hier unten, was schon nochmal ein bisschen was anderes darstellt. Und wodurch ihr auch langfristig, auch über Generationen hinweg, große Macht haben könnt, selbst wenn ihr dann nicht mehr Kaiser seid. Weil hier habt ihr ja durch das Kaisersystem keine Nachfolge mehr mit Primogenitur oder Euren Erben, sondern immer noch ein Wahlsystem. Das heißt, es ist viel wichtiger, auch seine Erben so zu erziehen oder die, die ich als Erben einsetzen will, so zu erziehen, dass sie auch stark genug sind, das Thema zu halten, das heißt Herzogtum oder eben den Kaisertitel selber. Denn auch hier, wenn wir immer sehen, die Nachfolge ist jetzt noch geregelt, kommt ihr aber irgendwie ein Vasallen und die Vasallen haben dann irgendwie Großpräsential, können die euch auch verdrängen, der Kaiser kann euch verdrängen. Das heißt, das administrative Spiel bietet sehr viel politische Sachen. Wenn ihr schon allein hier einfach mal rechtsklickt auf diese Person macht, schaut euch an, was da jetzt alles steht. Der Punkt ist, ihr habt hier so viele Möglichkeiten, diese Person jetzt zu schaden, die irgendwie herauszufordern, der auch irgendwas zu stärken und so weiter. Das ist sehr, sehr viel so Intrige, Ränkespiel, politische Motivation. Das ist halt nichts, was in Videos, das muss ich auch selber sagen, ich überlege, wie ich das machen kann, man könnte es halt einfach mal spielen, aber was so wirklich fetzt auf YouTube oder im Stream. Ich glaube auch für euch persönlich, wenn ihr noch überlegt, wäre es schon was, weil ihr habt wirklich viele Stunden, die einfach mal reinsinken können. Ich habe es ja auch geschafft, natürlich innerhalb von ein paar Jahren Kaiser zu werden. Das kann ich eigentlich auch mal im Video verwurzeln, kann man im Multiplayer-Event auch sehen. Aber das ist ja dann erstmal der erste Schritt, denn du hast ja jetzt durch diese neuen Armeen, die ja für das ganze Kaiserreich gehen, hast du eine ganz neue Herangehensweise, wie deine Armee gebaut wird. Denn das Byzantinische Reich ist extrem schwach. Wenn ihr nicht helft, dass das stabilisiert wird, dann bricht es auseinander. Also jeder von euch, also jeder von diesen Themen, jeder einzelne Herzog hier hat die Aufgabe, das Reich zu stärken. Natürlich will er auch seine eigene Macht fördern, deswegen gibt es ja diese ganzen Überfälle, diese Schmähungen, diese Herausforderungen, diesen Rückzitzzwang. Aber im Endeffekt ist es vielmehr, dass die Bastelei das Reich am Laufen zu halten. Das stößt sehr stark gegen das klassische Prinzip Crusader Kings 3, das haben wir auch bei unserem Multiplayer-Event gesehen. Weil oft die Frage war, ja, wieso kann ich jetzt da nicht angreifen? Ich möchte jetzt mich hier erweitern. Es ist möglich, aber es ist halt umständlicher. Und dieses Umständliche kann halt viel noch aufstoßen, weil ich will mein Crusader Kings 3 spielen, indem ich einfach alles um mich herum erober und mich dann richtig cool fühle. Und das ist in diesem Prinzip nicht so der Fall. Ihr könnt Kaiser werden, aber auch dann müsst ihr mit euren Vasallen zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist sehr cool und ist auch wirklich gut mechanisch eingebaut. Wobei es manche Sachen gibt, die, naja, noch ein bisschen schwierig sind. Gerade auch diese, dass man ja andere Reiche auch als administratives Reich einbauen kann. Habe ich zum Beispiel in Ghana probiert, 867, als sie noch stammt sind, könnt ihr komplett vergessen. Dann bricht Ghana auseinander, ist total kaputt. Ihr müsst das in einem feudalisierten Reich, zum Beispiel in Maghreb, gibt es ja auch hier oben. Könnt ihr das einbauen und dann könnt ihr euch da austoben und diese Reich stabilisieren. Ihr werdet aber niemals so mächtig und euch so mächtig fühlen, wie wenn ihr halt das normale Crusader Kings spielt und euch einfach hier auf die Mütze gebt, konstant. Und das, glaube ich, führt dabei dazu, dass diese Mechanik sehr vernachlässigt wird bei Streamern, bei YouTubern und eher dazu führt, dass viele das gar nicht kennen oder auch ein bisschen abgeneigt sind, weil es eben nicht diesem klassischen Bild von Crusader Kings 3 entspricht. Jetzt muss ich mal gleichzeitig sagen, ich habe da auch noch nicht die Zeit gehabt, wirklich exzessiv durchzuspielen. Ich habe halt mit Ghana mal probiert, da hat es nicht geklappt. Da hat mein Maghreb gesehen, ja doch, da klappt es dann wohl und ich habe es halt im Multiplayer-Event gespielt. Das heißt, ich habe schon ein paar Stunden reingetan, muss auch sagen, dass man da noch viel entdecken kann. Und ich glaube, das ist so der positivste Punkt dabei. Das ist ähnlich wie beim Wanderer, hier nur halt in eine andere Richtung. Ihr habt halt wesentlich mehr, was ihr zu tun habt, aber es ist nicht so Boom in your face wie beim Wanderer, wo du wirklich dann auf einmal mit 50.000 Varegern die ganze Welt unterjochen kannst als Eroberer, sondern eher einen ganz gemächlichen kleinen Rahmen, dass du so viele Optionen hast, da nutzen kannst. Und wenn du dafür ein Spieler bist, dann ist das eine sehr coole Sache. Das heißt, wenn ihr schon allein die Wanderer nehmt, diese Wanderer drei, vier Runden spielt, vielleicht noch einen historischen Strang dazu, dann habt ihr schon so viele Stunden reingestellt. Dann baut ihr euch mal mit diesem administrativen Reich, mal irgendwie ein Reich, sucht euch aus, wo ihr Bock drauf habt. Muss ja nicht bezant sein. Spielt das mal richtig durch und habt das mal erfasst und wie das funktioniert, vielleicht beim zweiten Durchgang. Dann habt ihr ja auch nochmal x Stunden an Spielspaß gehabt. Und ich denke, deswegen kann man schon behaupten, dass sich das DLC auch für 30 Euro lohnen kann. Zusätzlich kommt es ja eben, was ich ja auch schon im anderen Video erzählt habe, zu diesen Traditionsänderungen, die leider nur durchs DLC kommen. Gerade sowas wie Armenien, wo halt neue Kriegsvölker dabei sind, ist schon ganz cool. Die Mechanik an sich müsste aber, da muss ich einfach ganz klar so Mittel geben. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt zu spielen, dürft ihr euch auch niemals abholen. Wenn ihr Bock drauf habt, mal so ein Reich von innen zu gestalten, mitzugestalten, mehr mitzureden, mehr Handhabe zu haben durch die ganzen Optionen, die es hier gibt, dann go for it. Dann dürft ihr euch sehr viel Spaß machen. Das ist eine ganz andere Weise. Ihr seht ja schon allein, was das alles für Symbole sind, was es hier für Möglichkeiten gibt, das auch zu beeinflussen, zu tun und so weiter. Dann könnt ihr da, glaube ich, sehr viele Stunden investieren. Ist allerdings nicht für Anfänger. Absolut nicht. Das solltet ihr nicht als Anfänger mitnehmen, dann spielt Wanderer oder lasst es wirklich sein. Weil das würde ich euch nicht empfehlen als Anfänger. Ich finde es schon als Fortgeschrittener, mit hunderten Stunden da drin, finde ich es noch immer etwas weird, ein bisschen experimentell. Man muss wirklich viel gucken, wie geht das und so und da muss man viel reinbringen. Auch wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist es auch eine gute Sache, aber eben mit starken Einschränkungen, die sich da halt finden. Wo ich hingegen auf jeden Fall sagen kann, dass sich das lohnt, sind eben die Sachen, die ich schon im Video zum Patch erklärt habe. Dass hier so viele Änderungen zum Kampfsystem gekommen sind, dass jetzt ein Kampfvorteil noch viel mehr Bewandtnis hat, ist halt super. Dass die Kampftraditionen wieder viel besser sind, auch die Traditionen generell viel mehr Wert auf Gebäude legen. Oder auch, dass gewisse Traditionen euch ermöglichen, arbeiten teurer zu werden. Aber halt wirklich vor allen Dingen so etwas, dass ihr hier, wie dieses Milizlager jetzt als Beispiel bei einem passbaren Plänkler, aber auch bei anderen Traditionen, wie zum Beispiel Verserten. Das heißt, die Traditionen wurden so geändert, da sind ja viele Traditionen, da kann man gar nicht auf alle drauf eingehen, die so stark geändert worden sind, dass sie eine ganz andere Macht haben, einen ganz anderen Impact haben im Spiel. Was euch auch nochmal ganz neue Strategien ermöglicht, die so sehr das Spiel nochmal umwerfen, dass ihr da, wenn ihr ein bisschen Mischkulturen, Kulturen generell, Entwicklung spielt, also auch in diesem Aspekt, ganz neue Methoden findet. Das heißt, wir haben einen historischen Aspekt, wir haben eben diesen militärischen Aspekt durch die Traditionen, durch den Wanderer. Wir haben den administrativen, so ein bisschen fummeligen, Ränkespiel-politischen Aspekt und damit eben auch dann zusätzlich bei den Traditionen diesen Mischkultur-Aspekt. Welche Mischkultur möchte ich haben? Welche Traditionen baue ich ein, die jetzt hier ganz anders sind und mir viel stärkere Vorteile geben? Ich will das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, das hatte ich ja in dem einen Video schon mal erzählt. Und deswegen würde ich schon behaupten, dass dieses DLC halt einfach super cool ist. Für mich ist aber die Mechanik des Wanderers und der administrativen Geschichte geringerer Wert, ehrlich gesagt, als diese historischen Kleinigkeiten. Diese Feuereifer, die diese Entwickler dahinter haben, den vierten Kreuzung zu zeigen, dieses Harrowing zu zeigen, El Cid einzubauen, die Assassinen einzubauen, und verschiedenste Storys strenger einzufügen, viel, viel bedeutsamer als eben so etwas wie diese zwei Mechaniken, die dazukommen, die einem trotzdem Stunde über Stunde Spielspaß geben können. Also deswegen kann ich diesen DLC eigentlich schon uneingeschränkt empfehlen, am besten natürlich im Chapter gekauft. Aber ihr müsstet selber wissen, würden euch die Sachen, die ich euch gerade erklärt habe, wirklich abholen? Oder sagt ihr, ja, ist mir eigentlich egal, ich hätte lieber XY gehabt, die Religion geändert oder sowas? Dann wäre es nichts für euch. Wenn ihr aber sagt, diese Buffs von den Traditionen sind super, diese neuen Mechaniken sind zusätzlich noch sehr cool und historisch holt mich das sowieso immer super ab, dann sind die 30 Euro noch immer viel Geld. Aber es sind auf jeden Fall 30 Euro, die ihr gut anlegen könnt, wenn ihr neue Spielerlebnisse hier haben wollt und wirklich, glaube ich, auch 100 Stunden nochmal Spaß in diesem Spiel haben könnt. Ich bin bei Weitem noch nicht so weit, dass ich irgendwie sagen kann, ich habe ja alles gesehen. Weil ich wollte auch mal ARA streamen, hatte ich ja mal gesagt, da komme ich gar nicht zu. Es ist vor allen Dingen so, dass sie sich so viel anbietet zu spielen. Und wenn es eben von Eroberer zum Missionar zum Wanderer ist, es ist halt wirklich eine Riesenpalette. Es gibt nichts, wo ich sage, das stört einen massiv. Der Hotfix hat die einzigen Probleme behoben. Einzig, natürlich gibt es Bugs, das ist ja wohl normal. Das müsst ihr halt dann immer bedenken. Ihr könnt mir eure Meinung sagen, wenn ich euch jetzt dazu gebracht habe, das zu kaufen und ihr sagt nachher, das war alle Kacke, haut ruhig in den Kommentar runter und sagt, du Blödmann. Und ansonsten, wenn ihr es gekauft habt und gesagt habt, ja doch, hast recht, das sind schon echt coole Storystränge. Da muss man ein bisschen wühlen, man findet einiges, das macht mir Spaß. Dann haut auch in den Kommentar, sagt Dankeschön oder sagt einfach, ja, ist cool der DLC. Wie auch immer, schreibt einfach eure Meinung unten rein und wir hören uns beim nächsten Mal.